So, zurück bei Big Farm Stories. Ähm, ja. Muss ich... Muss ich... Muss ich... Erstmal hier die Tage überleben. Dann Schrauben herstellen und die Figur finden. Und die Figur war das letzte, was wir jetzt suchen wollten. Und die hat sie jetzt irgendwo auf dem Weg verloren. Die Frage ist nur, wo? Steht das vielleicht dabei? Ich muss irgendwo zwischen dem Carpenterhof und dem Städtchen liegen. Ja, geil. Warte mal. Hier ist der Carpenterhof. Irgendwo hier dazwischen. Und ich war aber im letzten Mal hier schon lang gelaufen. Das heißt also, irgendwo hier. Aber hier ist er auch nirgendwo. Winka, du rennst die ganze Zeit gegen eine Wand, wollte ich nur noch einmal anmerken. So. Da ist er. War ja easy. Großartige Neuigkeiten. Ich habe die fehlende Figur gefunden. Oh, danke, danke. Und nochmal tausend mehr Dank. Und es ist auch noch unbeschädigt. Ich stelle es sofort ins Regal. Ist es fertig? Kann ich es sehen? Ja, es ist hier. Amelia? Owen, ähm... Du bist da pupferschwunden. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? Was ist das? Ach, verdammt. Das sollte eigentlich eine Überraschung für unseren Hochzeitstag sein. Und es ist eine Überraschung. Hast du das selbst gemacht? Sieh sich das eine an. Hier ist sogar die allererste Figur, die ich dir vor Jahren gemacht habe. Ich wusste nicht, dass du sie noch hast. Jeder einzelne. Und diese hier. Die habe ich dir gegeben, als du schwanger mit Benni warst. Weißt du noch? Es gefällt dir also? Wie könnte es nicht? Es ist quasi ein Denkmal für unsere Beziehung. Komm, Trupple. Wir lassen die Turteltäubchen mal lieber alleine. Na, das ist doch schön. Dann ist das doch schon mal erledigt. So, jetzt muss ich irgendwo die Schrauben herbekommen. Ja, dabei habe ich nicht mehr alle Schrauben am... Äh, habe ich Schrauben locker. Das heißt ja nicht mehr alle Tassen im Schrank und nicht mehr alle Schrauben im Schrank. Ein kleiner Versprecher darf ja auch mal sein. So, acht Schrauben. Moment, habe ich die acht Schrauben sogar schon? Äh... Nee, darunter ziehen die Schrauben nicht. Dann ziehen sie hier drunter. Oder auch nicht. Ja. Ich habe die Schrauben doch schon, ich Idiot. Ist ja so einfach gewesen. Aber nein, Trupple, nein. Ach, denken, nein. Ach, Quatsch. Wo denkst du hin, Trupple? Doch nicht denken. Ich brauche diese Schrauben dringend für meinen Motor. Cool, gib mir einen Moment. Sei bereit, das Brüllen des mächtigen Motors zu hören. Jetzt. Ich sagte jetzt. Verflixt, es funktioniert nicht. Kann ich sonst noch etwas tun? Die nächste Aufgabe hilft mir gewiss bei der Suche nach weiteren Ideen, aber es dauert noch etwas, bis Rita sie hat. Bis dahin vielleicht, wenn ich das hier bewege oder vielleicht dieses Stück ganz anders verbinde oder... Ich lasse dich mal in Ruhe arbeiten. Tja, das hat wohl alles nicht geholfen. Ja, aber was wir jetzt halt brauchen, ist nun mal Stroh. Brauchen wir für die eine Aufgabe. Also Weizen. Weizen. Kastanien. Das Glas muss ich noch vorbeibringen. Okay, gut. Das kann ich aber auch alles am nächsten Tag machen, wenn die nächsten Sachen fertig sind. Dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt einfach mal hin. Und schlafe eine Runde. Oh, und ich höre, glaube ich, es regnet. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für mich. Acht Steine. Okay. Lass doch mal stehen. Mann. Hörte Katze. Bleib stehen. Danke. So. Das ist dann damit alles automatisch gegossen. Schauen wir doch mal, wie weit ist der Weizen? Äh, Kastanien meine ich. Wobei, stopp, waren das hier Kastanien? Nee, das waren doch die Maronen, oder? Nee, ist Kastanien, genau. Also, das dauert noch vier Tage. Okay. Oh, Kirschen sind fertig. Das ist doch schön. Das sehe ich gerne. So, hier können wir die ganzen Blätter einsammeln. Da auch. Von den Hühnern die Eier einsammeln. Und wieder füttern. Eier einsammeln. Und füttern. Und von der Ente die Entenfedern einsammeln. Und füttern. Wunderbar. So, jetzt können wir endlich die Pfirsich holen. Meine Fresse doch. Und wie viele Pfirsiche waren das jetzt? Zehn Stück, ja. Ah, aber wo, 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 wo? Frühling, Zwiebeln, Kürbis, Erdbeer, Milch, Alpaka, Kirsche, Haselnuss, Orangen, Pfirsich, Fünf. Ich muss jetzt nochmal vier Tage warten. Ihr macht mich fertig, Leute. Ich muss jetzt nochmal vier weitere Tage. Vier weitere Tage. Vier. Dann bringe ich jetzt mal das Glas zu Nathan. Die Brüder meinten, du würdest mir Glas bringen. Nein, ich habe noch nicht genug zusammen. Ich bin gleich zurück. Ernsthaft? Wo bekomme ich denn jetzt Glas her? Nein, 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 hier ist nix. Brätsalat. Petersilie. Ich, ähm, ja. Wo bekomme ich jetzt Glas her? Ähm, da. Glas. Was ist das? Kann ich meine Arbeit entspannt und dadurch effizienter verringern? Dafür brauche ich weniger Energie. Handliche Bürste. Okay, sowas sind ja nette Sachen. Also ich brauche... Warte mal, davon 15. Was ist... Für was denn? Hm. Achso. Okay, ich brauche nur weniger Energie, aber ich weiß es noch nicht für was. Böhö. Egal. Erstmal das Glas herstellen. Erstmal Glas. Glas, 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 Glas. Ah, kann ich. Wie viel Glas brauchte er jetzt? Ähm. Ne, äh, der Winterständer. Fünf. Fünf Glas. Jawohl. Katze hat wieder was gefunden an der gleichen Stelle. Okay. So, damit habe ich das Glas. Musste doch... Ohne, musste ich... Moment, ich musste ihm doch... Beim Bürgermeister. Der Bürgermeister braucht Steine. Kieselsteine. Wofür auch immer. Der Kieselstein-Bürgermeister. Große Klasse. Ich würde ja liefern lassen, doch die Stadtkasse ist einfach etwas zu knapp. Gut, dafür kriegt es mal eine Tala, also. Yay, Stufe 2. Und ich bekomme... Oh, und ein Level ab. Das ist natürlich nice. Das hilft mir sehr viel weiter. Oh, hallo. Kann ich etwas für dich tun? Ein Winterstern. Die Brüder meinten, du würdest mir das Glas bringen. Ja, danke. Und danke, dass du den Brüdern mit ihren strengen Wünschen geholfen hast. Sie haben viele Bräuche aus der ganzen Welt übernommen. Außerdem hatten sie es nur so eilig, damit ich mich der Tradition anschließen kann, die wir seit einigen Jahren teilen. Sie haben einen weichen Kern. Triff mich auf der Kastanienwiese, okay? Dann bauen wir das Teleskop auf. Dann gehe ich jetzt mal zur Kastanienwiese. Mensch, da ist er ja. Ich dachte schon, du taust nie auf. Tut mir leid, das Teleskop hat mich beschäftigt. Zum Glück konnte die Truppler ja helfen. Weißt du was? Du hast die ganze gute Angestellte Skipper. Aslohn darfst du hier mitmachen. Nun komm her hier, Nathan-Junge. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Diese Sanddornbären werden von Jahr zu Jahr saurer. Gut so. Hält gesund. Übrigens, ich habe da letztens einen Artikel gelesen. Hier, nimm noch eine Beere und genieß sie in sauren Stille. Wow, ich darf mir einen Schlitten aufstellen. Nun gut. Ah, da unten sind wieder große Holzscheite. Achso, und hier vergeht die Zeit nicht. Also hier kann ich mir... Ah, ne. Schade, ich wollte gerade sagen, hier kann ich mir Zeit lassen. Ne, ich habe ja Holz gefehlt. Deswegen verging die Zeit nicht. Das kann ich nicht aufsammeln. Okay. Ich habe wieder alles voll. Mann. Da ist noch Holz. Da ist noch ein Pilz. Jetzt ja auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Gut, ich muss eh bis Nachmittag warten, bis ich schlafen gehen kann. Aber hey, die erste Aufgabe haben wir schon mal abgeschlossen. Das ist doch schon mal wichtig. Das heißt, es fehlt uns nur der Weizen. Weizen und Kastanien, ne? Weizen, Weizen, Esskastanien waren es doch. Weizen, Weizen, Esskastanien. Ja. Mehr fehlt uns jetzt nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal uns hinlegen. Äh, zeitig zum Schlafen. Nein. Gut, dann hole ich so lange Eisen. Was soll's. Pfirsiche dauern auch noch. Aber ich frage mich ganz im Ernst, wo ich das Fischen lernen kann, oder? Ah, vielleicht bei den Jungs unten. Das wäre noch so eine Idee. Das wäre so eine Möglichkeit. Ich könnte mal bei den Jungs unten gucken. Aber erst mal sammeln wir jetzt hier so ein paar Sachen ein, würde ich sagen. Noch ein Baby-Alpaka. Also ich glaube, echt hier eine Switch-Version würde sich für lohnen. Ein bisschen mehr Freiheiten, was das Aufbauen der Farm angeht, wäre nicht schlecht. Weil das hier alles sehr, ich sag jetzt mal, statisch sich anfühlt, aber ansonsten. Ach, einmal daneben gehauen. Gut, ich stehe mir jetzt das mit der Steuerung ein bisschen halt anders vor. Man muss dann immer klar hinlaufen. Aber das Einsammeln, das wäre ja relativ möglich. 20 Stück brauche ich dafür, für die nächste Stufe, ne? Wobei ich halt noch nicht weiß, was das in dem Augenblick bei mir verbessert. Ich sehe halt nur irgendwie so einen Korb oder einen Rucksack oder einen Behälter für den Rücken, der dann irgendwie dafür sorgt, dass ich dann bei irgendetwas weniger Arbeit habe. Also, ich würde jetzt vermuten, bei dem ersten handelt es sich um, ähm, weniger Ausdauerverbrauch beim Farmen. Beim zweiten für die Tiere und beim dritten... Ich sag jetzt mal hier, für diese ganzen Sachen hier draußen. Ich glaube, wenn ich von der Stadt aus gehe, ist es schneller. Erstmal zu den Jungs wegen dem Angeln. Das will ich jetzt wissen. Kann nämlich gut möglich sein, dass es... So, Sanddorn. Japp. Hat er 150 Marken? Moment. Ich darf die Gebäude hier auch anpassen. Okay, verkaufen. Wenn ich Fische verkaufe. Moment, ich habe einen Anker. Und wenn ich den verkaufe, komme ich... So. Mhm. Ach, hiervon noch. Gut. Das wollte ich haben. Merci. Oh, wo die Katze hier schon wieder hinläuft. Egal, hier sind Fische. Ach so, ich muss ja auch wieder bestücken, ne? Okay. 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 Hm. So. Das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Hatte ich jetzt genügend Eisen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hm. Das sieht halt aus, wie... Ne, ich habe immer nicht genügend Eisen. Was soll denn das? Warum habe ich nicht genügend Eisen? Hier kann ich dann... Ach, gleichzeitig bepflanzen und bewässern. Ach so. Das ist ja eigentlich das, was ich haben wollen würde, ne? Das macht es mir natürlich dann auch wieder einfacher. Futtereimer. Komfortabele Bürste. Und das hier ist halt die handliche Hake. Hm. Gut. Gut sagen, ich lege mich erst mal hin. Hau mich aufs Ohr. Das habe ich mir mal verdient. Oh, da habe ich aber einiges bekommen hier, ne? Ja, das geht. Und das Kätzchen schnarcht. Was gibt es diesmal als Aufgabe? 10 Gänseblümchen. Okay. Oh. Ist fertig. Ja. Ja. Oh, ist das schön. So, bevor ich jetzt aber irgendwas hier ansatzweise mache. Und ich gegebenenfalls dann, ähm... Ist klar. Nein, die sind immer nicht fertig. Wie lange braucht ihr noch? Äh, was machst du denn an dem Baum? Geh mal zu dem. Noch drei Tage. Na. Du sollst den Stock hier ein... Den Stock. Danke. Hm. Schnifflige Situation. Lass mal wieder Fische rein. Äh, Köder rein. Achso. Oh, der da hinten sieht groß aus. Okay. Okay. Ich freue mich, um das zu reparieren. Sieht so ein bisschen ordentlich aus. Ich habe doch jetzt den Schlitten bekommen. Kann ich da jetzt den Schlitten hinstellen? Tatsache. Ja, moin. Aber reinsetzen kann ich mich nicht, ne? Nö. Aber es steht da ein Schlitten mit Schnee. Also, why not? So, gucken wir uns kurz mal auf den Berg, wie es da aussieht. Genau, das wollte ich nämlich haben. Alles an Eisen mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Leider zu wenig Eisen für meinen Geschmack. Ah, hier kann ich jetzt gießen. Das ist zum Glück in einer größeren Fläche. Ich muss mal gucken, wie viel Eisen habe ich. 18. Zwei fehlen mir noch. Ich werde doch wohl jetzt noch zwei Eisen hier finden können. Halt. Das darf ich doch jetzt reparieren, ne? Genau. Da kommen mich da jedenfalls auch die Fische. Okay. Da oben ist zum Beispiel schon mal Eisen. Zweimal. Wunderbar. Wunderbar. Ein Bach-Saibling. Kätzchen hat wieder was gefunden. So. Dann runter zu meinem Häuschen, ja. Das macht Sinn, oder? So, jetzt brauchte er da oben. Er brauchte ja Stroh. Hast du den Weizen? Danke, du bist die Beste. Ich habe auch eine Schüssel Honig für sie verbreitet. Ha. Und ich stelle sie jetzt alle vor ihre Tür hier hin. Hm. Trupley, würdest du dir etwas ausmachen, mir morgen dabei zu helfen, die Spuren zu hinterlassen? Mein Vater hat um Hilfe gebeten und ich fürchte, ich werde nicht genug Zeit haben, um mir alles vorzubereiten. Keine Sorge, Benny. Ich werde helfen. Hey, ich hatte mich gefragt, warum du noch die angebissenen Erdbeeren da gelassen hattest. Habe ich doch, äh, jetzt wo du sagst, es ist seltsam, dass sie weg waren. Ich denke, ein Tier hat sie gefunden. Schade, aber zumindest hat alles andere geklappt. Naja, wir sehen uns dann morgen wieder. So, sie wollte. So, Blümchen geben. Sie benutzt meine Fäustlinge und Ohrenwärmer. Es ist zu ihrem eigenen Besten. Okay. Das ist also erst morgen. Äh, du wolltest jetzt... Über die Vorbereitung. Hast du etwas Weizen für die Anhänger? Ja. Dankeschön, du bist ein Lebensretter. Ich will dich ungern noch weiter beanspruchen. Raus damit, Lydia. Nun, Hannah hat hier herrliche Ideen, die Dekoration Glanz zu verleihen. Ah, dafür brauchen wir frisch gesammeltes Baumhaar. Natürlich, ich besorge euch welches. Kannst du es dann bitte direkt zur Kastanienwiese bringen? Wir fangen schon mal mit den Dekorieren an. Okay, zur Kastanienwiese. Wie viel Baumharz brauche ich denn? Das hat sie mir jetzt nicht gesagt. Fünf. Fünf Baumharz. Wie viel habe ich denn? Elf. Wunderbar. Dann kann ich das vorbeibringen. Das will ich mir jetzt holen. Was brauche ich denn jetzt dafür? 20 große Eisenteile. Oh, leck mich am Hintern. Da verlangt jetzt aber echt viel, ne? Aber gut, ich verbrauche jetzt weniger... Könnte ich jetzt eigentlich mir mal angucken, wie wenig das ist. Ich habe, glaube ich, vorher neun verbraucht. Wenn ich mich so recht noch erinnere. Dann sind wir jetzt einfach mal Weizen. Also neun Stück hatte ich verbraucht. Ich habe jetzt 145. Wow. Acht. Aber das ist cool. Das ist cool gemacht hier. Das nimmt einem echt sauviel Arbeit ab. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, verbraucht das jetzt auch gerade weniger? Ich muss ernsthaft noch welche kaufen? Oh Mann. Okay, aber egal. Egal, komm. Das ziehen wir jetzt hier noch durch. So, jetzt brauche ich hier ein bisschen Weizen. So, ein bisschen Wasser. Hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen. Zack, 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 zack. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohotrein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.